Hi Leute und willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch ein Granolarezept. Ich möchte euch die Base zeigen mit meinen Lieblingszutaten und ihr könnt aus der Base euer Lieblingsgranola machen. Ihr könnt da Kakaopulver reinmachen, Rosinen, Nüsse, die ihr liebt und so weiter. Und das geht super schnell und ihr habt ein tolles Frühstück. Ich wundere euch nicht, wenn ich nur weiß, wie das da nochmal zu schließe. Kakaopulver. Kakaopulver.